Schoba Isar, 68 cm weit liegt. Auf den haben wir das Torsai gekauft. Da ist noch sehr viel Sumi unterlegt, also er ist noch lange nicht fertig. Wenn man sich hier die Bilder anschaut im Laufe der Zeit, hat er sie wirklich gut gemacht. Hier sieht man überall noch so. Auch der ist natürlich beruhigt. Vom Temperament her wird er schon nicht mehr in der Wanne.